Es sieht richtig gut aus für dich hier. Es könnte gut sein, dass heute der wichtigste Tag in Ihrem Leben wird. Sascha! So heiße Fracht fahre ich selber. Ich habe was für dich. Siebte Woche. Hallo, sind Sie frei? Ja. Nein! Vorsicht! Wollen Sie vielleicht auch was trinken? Melissengeist. Ich dachte, es nimmt man eigentlich, um sich die Füße einzureiben. Wollen Sie noch einen Schluck? Ich chattet mit Nastasja aus Litauen. Du chattest hier mit einem russischen Bergarbeiter. Geiles Gerät, ey. Okay, los geht's. Sascha hat mir erzählt, Sie sind fast 90. Da ist Schnee auf dem Dach, aber noch ordentlich Feuer im Ofen. Ist das Ihre Freundin? Die ist aber hübsch. Malina, du bist ein Schwein angebrochen. Das ist doch scheiße. Das war's. Ich gehe jetzt. Und was ist mit dem Kind? Ist nicht mehr dein Problem. Lieben Sie sich denn nicht mehr? Bitte, Frau Ella, lassen Sie es, okay? Ich war auch mal jung. Und ich weiß, dass zur Liebe Mut gehört. Wenn man so alt ist wie ich, dann bereut man nicht die Fehler, die man gemacht hat, sondern das, was man nicht gemacht hat. was ist mit dem reichesten Mann? Ja. Na ja, Nastasja. Heißt Hartmut und wohnt am Bodensee. Das Arschloch. Sollen wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen? Du kannst mir nichts vormachen. Du liebst deine Linie. Sie sind feitlich. Joella! Joella! Hör auf sie! Nimm sie! Hör auf sie! Hör auf sie! Hör auf sie! Wie hieß doch das Gericht, was wir gegessen haben? Döner. Döner. Köstlich.